Hallo Leute, welcome back to my channel. Das heutige Video wird ein kurzes Haar-Story sein zu dieser Frisur. Einfach einen Sleek-and-Clean-Tiefen-Dutt. Für den Sleek-Dutt braucht man einmal einfach irgendein Haargel, am besten ein stärkeres. Dann einfach irgendein Haarspray. Achso ja, mein Haargel ist von L'Oreal Paris und mein Haarspray ist von Schwarzkopf. Haargummis und ich habe alle meine Haarspangen hier in so einem kleinen Täschchen. Und halt einfach ein paar Haarspangen. Dadurch, dass ich gleich extrem viel Gel in meine Haare klatschen werde, mache ich die Frisur immer nur die letzten beiden Tage oder auch meistens so den letzten Tag, bevor ich meine Haare wasche. Das heißt, ich mache meine Haare ca. alle vier Tage und ich habe von Natur aus Glocken. Meistens glätte ich meine Haare. Also ich komme aus der Dusche, dann föhne ich meine Haare, glätte meine Haare. Dann habe ich die Frisur, also habe ich meine glätten Haare einfach für ein, zwei Tage. Und dann langsam, wenn ich dann einfach zu faul bin oder so meine Haare zu glätten, weil das hat einfach voll lange dauert, dann fange ich einfach an mir quasi den Dutt zu machen. Meine Haare sehen auch gerade schlimm aus. Aber deswegen mache ich jetzt auch den Dutt. Ich wurde nominiert für diese 5K Challenge, also 5 Kilometer laufen, dann 5 Euro spenden und dann andere 5 Leute markieren auf Instagram, beziehungsweise nominieren. Ich bin dafür nominiert und bin gestern 5 Kilometer gerannt. Ich bin gestorben. Ich bin wirklich alle 700 Meter oder so einfach angehalten, bin halt dann einfach langsamer gelaufen und bin dann weiter gerannt. Es hat so lange gedauert, aber im Endeffekt habe ich die 5K geschafft und zwar so anstrengend und meine Beine sind gefickt heute. Wirklich, meine Beine tun so weh und ich mache eigentlich wirklich viel Sport. Ich tanze übertrieben viel, aber das hat meine Beine einfach zerstört. Sogar mein Oberkörper tut weh, sogar mein Bauch. Naja. Okay, ich habe meinen Haare jetzt gekämmt. Jetzt mache ich einfach mit meinen Nägeln mit Schalter. Also es wäre gut, wenn man vielleicht so einen, keine Ahnung, so einen extra Kamm hätte oder so, aber habe ich nicht. Also, ja. Oh, meine Haare sind auch in letzter Zeit irgendwie schuppig. Ich habe eigentlich keine Schuppen. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Kennt ihr, wenn man seine Haare offen trägt und Lipgloss trägt und dann draußen irgendwie so Wind kommt oder so und deine Haare bleiben einfach in deinem Lipgloss kleben und man ist so... Okay. Okay, ich habe jetzt einen Mittelschaltel gemacht. Und... Ah, was ich schon vergessen habe, sorry. Man nimmt nämlich auch noch eine Zahnbürste. Das ist einfach irgendeine Zahnbürste, die man für unterwegs mitnehmen kann. Und einfach irgendeine Zahnbürste, die sieht auch eckig aus. Und die nehme ich jetzt einfach für meine Haare. So. Als nächstes mache ich mir einfach... Nehme ich einfach ein Haargummi und mache mir einfach einen lockeren Zopf. Ich nehme mir die Zahnbürste und Gel und fange jetzt an, meine Haare einfach in Form glatt zu bürsten mit dem Gel und mit der Zahnbürste. Ich wundern, mein Spiegel steht da, deswegen gucke ich die ganze Zeit dahin. Ich fange immer hier vorne an. Ich will jetzt nicht unbedingt immer so meine Babyhaare so irgendwie so stylen, wie von vielen auf Instelle machen. Ich will einfach nur, dass die glatt anliegen. Man sieht schon, das sieht einfach schon viel sauberer aus als die Seite. Die Frisur länger nicht mehr getragen. Weil ich das hasse, weil der dutz ja dann hier unten. Und dann, wenn ich mich irgendwie zurücklehne, dann nervt es. Also wenn ich jetzt Auto fahre, dann muss ich ganz so sitzen, weil das quasi voll genervt hat. Deswegen habe ich das auch quasi jetzt letzte Woche nicht getragen, weil ich ja ganz einfach zu Hause war. Und deswegen nicht unnötig Gel in meine Haare klatschen wollte. Wenn ich die Frisur zu Hause eh nicht mag und ich eh nur zu Hause bleibe im Hostel. Weil es halt nervig ist. Man kann halt nicht in Ruhe sitzen. Man muss ganz jetzt den Gelick brechen. Ja, ich fange quasi einfach im Ansatz an. Ich nehme immer einfach immer so ein kleines bisschen. Oder verteile ich das hier in den Ansatz. Also ich bin noch nicht fertig, aber man sieht auf jeden Fall, also ich sehe es im Spiegel. Ich schätze immer, wenn es in der Kamera auch. Ein Unterschied schon zwischen der Seite und der Seite. So. So. Erd ist jetzt quasi einfach nur erstmal grob. Ich mache jetzt das gleiche auf der Seite auch. Ja. Dann müsste ich Süßigkeiten in der Reihenfolge bringen. Also Chips. Ups. Chips. Gummibärchen. Und Schokolade. Dann würde ich glaube ich als erstes... Mh. Also zwischen Gummibärchen und Schokolade ist es ein bisschen schwer, mich zu entscheiden. Die sind so quasi Platz 1 und dann kommt eine Lücke und dann kommen Chips. Also ich mag Chips, aber ich bin jetzt so der Allergrößte. Also das wäre das Letzte, was ich mir holen würde, wenn ich jetzt Lust auf Süßigkeiten hätte. Und hier essen halt irgendwie alle immer richtig viele Chips. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Man kennt den Fadenverlierenden-Bus. Ich habe mir letzte Woche vorgenommen, eine Woche lang keine Süßigkeiten zu essen. Und habe das auch vier Tage lang geschafft. Und dann an Tag 4, abends, hat es mich einfach überkommen. Und ich habe einfach so viele Süßigkeiten gegessen. Und ich war so, nein, scheiße. Und dann war ich sauer auf mich selbst. Und war eigentlich so, okay, ich mache jetzt einfach weiter die Woche zu Ende. Sondern wir fangen die Woche nochmal von vorne an. Und diese Woche, die Tag ist heute. Heute ist Tag 7. Ich habe schon seit 6 Tagen keine Süßigkeiten gegessen. Morgen kann ich mir richtig gönnen. Ich überlege mir die ganze Zeit schon, was ich morgen essen werde. Und ich habe Lust auf dunkle Schokolade irgendwie. Und ich probiere gerade so ein, ich vergesse einfach immer, wie es heißt, Inter... Irgendwas Inter, bla, Fasting. Da isst man 16 Stunden nichts und isst dann für 8 Stunden was. Generell hier frühstücke ich irgendwie immer voll spät. Aber letzte Tag habe ich mir immer diesen TikTok-Kaffee, diesen, wie heißt der? Diesen mit der Milch und dann halt diesen Fluffy, Fluffy Coffee. Den hast du die letzten Tage immer gemacht. Ich habe dann aber halt einfach immer erst so um 2 oder 3 gefrühstückt. Und jetzt lasse ich einfach den Kaffee weg. Und trinke den dann um 2. Und dann frühstücke ich. Und ja. Man kann also quasi von 14 Uhr bis 22 Uhr abends essen. Und dann isst man halt einfach nichts. So, jetzt mache ich meine Haare nochmal auf und kämmen den hinteren Teil nochmal so runter. Oder eigentlich einfach alles. Aber hier vorne bin ich vorsichtig. Ich würde richtig gerne mal einfach so meine Haare offen lassen und die halt ordentlich getötet haben. Und nicht so wie das hier ist. Was halt immer passiert, wenn man dann seine Haare gletschert und dann einen Zopf macht. Sondern ich würde richtig gerne einfach mal so Sleek-Look. Entweder mit Mittelscheitel oder halt einfach so nach hinten ausprobieren. Vielleicht mache ich das einfach mal die nächsten Tage. Beziehungsweise, obwohl ich könnte das eigentlich noch machen, bevor ich meine Haare wasche. Okay. So. Ob ich die Haare muss? Ich muss alles. Jetzt geht's los. Also jetzt mache ich mir erstmal einen Pferdeschwanz. Dann, also einen festen Pferdeschwanz. Festen Pferdeschwanz. Dann mache ich quasi alles ordentlich und gehe nochmal alles komplett. Und dann fange ich an quasi meine Haare in der Tür zu bringen und klammern und Haarspray. Ja, das ist die Idee, ja. Ich benutze 1000 Haargummis und 1000 Haarklammern. Meine Haare sind mittlerweile voll lang geworden. Ich habe eigentlich nie so lange Haare. Ich mache meinen Haaren eigentlich immer so ungefähr. Ist aber gerade besser, weil es fällt mir viel einfacher, viel leichter, einen Dutzel machen. Aber ich brauche trotzdem, dadurch, ich mache immer noch relativ kurz und viele Klammern und Haargummis. Ich mache die alle um meine Hand, damit ich nicht hier irgendwo rumfummeln muss. Ich presse quasi die Haare hier an meinen Kopf, bringe die hinter meine Ohren. Also ich mache einfach ganz, ganz eng. Also auf die Höhe hier rein, seit unten. So, jetzt habe ich mir einen Pferdschwanz gemacht. jetzt habe ich gerade voll umgebracht mir wurde plötzlich richtig richtig heiß und jetzt wiederholt ich einfach das was ich vorhin gemacht habe bloß in ordentlichen und jetzt kann man sehen natürlich wenn man das immer so runter bracht was auch immer dann kommen wir so also dann man macht das platt und dann ist es quasi hier wieder so nicht voluminös aber es lockert sich dann da und dafür nehme ich jetzt die klammern das sind einfach so extra rutschfeste und eher so kleinere klammern eine zeitlang habe ich sogar verloren deswegen benutze ich jetzt nicht mehr aber ich hatte auch so dunkelbraune da ist jetzt nicht dunkelbraun so hat man das nicht so doll gesehen ich hab so ich hab halt einmal so längere und dann habe ich ich mag die kleineren mehr wie viel habe ich von den kleineren ich nehme jetzt hier einer von den kleinen so und dann mache ich mich noch hier zwei von den etwa so und dann nehme ich noch zwei von denen etwa das längere und mach die einfach so etwas weiter oben in mein Haar. Oh, erkennt ihr das wenn es weh tut? Oh ne, jetzt hab ich verkackt. Egal. Man sieht es jetzt nicht so sehr, aber... Nee, ich muss jetzt, guck mal, das ist jetzt genau das. Ich habe noch hier eine Mini gefunden. Die mache ich mir jetzt noch hinten in die Haare. Weil das sich sonst locker noch anfühlt. Das passiert mir immer auf der Seite und ich raste immer aus, wie wenn ich meine Haare mache. Kennst du es, wenn man sich fertig macht? Und man findet kein Outfit. Beziehungsweise, man ist schon fertig gemacht. Dein Make-up ist gemacht und deine Haare sind gemacht. Und dann kannst du dich nicht entscheiden, was du anziehen sollst. Und man wird richtig sauer. Und dadurch, dass man dann sauer ist, dann wird man traurig. Und dann wird man wieder sauer. Und dann ist es einfach noch anstrengend. Und du kriegst schon so... Deine Augen werden so glasig. Man guckt dann immer so nach oben und ist so... Ich darf nicht weinen, weil sonst geht mein Make-up kaputt. Und am Ende kommt man drei Stunden zu spät, wohin man auch immer gehen wollte. Ich mach mir jetzt immer nach oben rein. Ich mach mir jetzt immer nach oben rein. Weil ich das auch einfach hab grad. Scheiße. Ich klatsch da jetzt einfach irgendwie geh rein, um das zu fixen. Die Sache ist... Bei diesem Dutsch... Ich glaube, da gibt es keine Übung auf den Meister. Ich glaub, da ist einfach... Das ist einfach Glück. Mal wird der richtig gut, mal wird der richtig scheiße. So, jetzt wo wir... Alles gefixt haben... Nehm ich mir jetzt einfach Haargummis. Ach, ich hab ja schon drauf an. Und mach mir jetzt einfach Dutt. Das ist klassisch. Ganz klassisch kann man eigentlich nicht sagen, weil bei mir ist das viel schwerer. Dadurch sind die Haargummis. Und ich fang jetzt einfach quasi an. Ich mach jetzt tausend Haargummis rein, um immer so meine Haare, die so überstehen, nach unten zu pressen. Sieht man das? Das meistens probier ich quasi... Einfach mit Haargummis, die ich dann einfach tausendmal um meine Haare wickel. Ich muss noch ne Klammer reinmachen. Weil seht ihr das? Das steht so ab. Und wenn ich das jetzt hier nach unten drücke, dann mach ich unten ne Klammer rein. Oh, Leute, was ist los? Ich bin grad voll tollpattig, was meine Haare angeht. Ich presse das hier einfach nach unten. Okay. Okay. Dann mache ich das Haargummis so auf meine Haare. Und mit dem letzten Mal probier ich dann einfach quasi alle Haare so nach unten zu quetschen. Und ich hab auch so mini, mini Haargummis. Da mach ich das quasi einfach nur einmal rum und hoffe, dass das in der Runde quetschmäßig. Ja, also man kann sehen, der Dutt an sich geht, aber diese mini Dings ist immer noch da. Deswegen mach ich da einfach noch ein Haargummi drum. Wünschen sie mir Glück. Okay. Das ist jetzt knapp. Ja, jetzt hat's geschlappt. Ich hab's einfach so, also, sieht man das? Ich hab das nicht mal bis nach ganz unten durchgemacht, sondern nur so, dass es quasi... Jetzt ist es wieder zurück. So, jetzt steht hier wieder was ab. Alles wieder Haargel. Es wird auf jeden Fall einfacher für euch, äh, einfacher für euch sein, wenn ihr... Wenn ihr längere Haare habt, dann nehm ich noch hier so ein bisschen Gel und mach das... Das ist viel schwer für mich, das hier mal zu machen, aber ich probier einfach so meine Haare von hinten ein bisschen mehr zu würsten. Ich würd sagen, jetzt sprühe ich noch so ein bisschen... Haarseh über meine ganze Haare. Also ich denke, hier verstehe das, was ich meine. Ich hab ja jetzt quasi die Frisur gemacht und dadurch, dass man so viel in seine Haare klatscht, will man das halt auch nicht jeden Tag machen und will das auch nicht machen, wenn man seine Haare frisch gewaschen hat und will das auch nicht machen, wenn man einfach nur zu Hause chillt. Ja. Das ist eigentlich einer meiner Go-To-Frisuren. So, und eigentlich, also jetzt zum Beispiel hab ich grad ein schwarzes Oberteil an, komm ich einfach Schuhe und so und alles und KG und alles hier. Dadurch, dass ich ja jetzt grad ein schwarzes Oberteil trage, äh, würde ich eigentlich gern ein schwarzes oder gar keinen tragen. Ich hab einen weißen und einen grauen und der weiße ist mittlerweile der ist richtig dreckig. Ich muss den irgendwie waschen. Es war so ein Dreierpack von Monkey, in schwarz und weiß und grau. Und ich hab so lange nach einfach einem weißen Squashy gesucht. Ich hab den nirgends wo einen gefunden. Nirgends wo und dann endlich bei Monkey. Auf jeden Fall würde ich jetzt eigentlich einen schwarzen Squashy tragen, aber ich hab keinen. Ich hab ihn verloren, also trage ich einfach keinen Squashy. Und... Genau. Das war's auch eigentlich. Das war's auch eigentlich. Ich hab auch zwei in meinem Mund. Das Wasser ist auch sauer. Uh. Ich kann mich nämlich... Uff. Ich konnte mich nämlich richtig lange nicht an das Wasser gewöhnen. Hier. An das äh... Leitungswasser. In Deutschland trinke ich immer Leitungswasser. Aber hier... kritische Hase. Und deswegen... Habe ich mir immer Wasserflächen gekauft. Was... Hört mich nicht das Video mit. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte es aber trinken. Und... Jetzt trinke ich das äh... Leitungswasser bloß mit Zitronensaft oder Zitronen. Und heute hab ich Zitronensaft reingemacht. Und ein bisschen zu viel. Und das ist sauer. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und falls ihr die Frisur... Pfff. Und falls ihr die... Ich kann nicht mehr reden. Verfrissend. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und falls ihr die Frisur die nächsten Tage oder wann auch immer versuchen solltet nachzumachen, dann schickt mir gerne ein Foto auf Instagram, Video, was auch immer. Liken. Subscriben. Followen. Und supporten. Bis zum nächsten Mal. ich wuxiert bis zum nächsten Mal. Bei проблем was super Salz. bei der Tempaar berechtige geht! μπο echiert. Nice. igten irgendetwas find существ aus. Max, 힘�wfer.